Hallo, ich bin Jana aus Deutschland. Ich bin mit Julia in Kontakt getreten, weil ich mir gerne meinen Magen verkleinern lassen wollte. Das hat auch alles reibungslos funktioniert. Ich habe auch gleich einen Termin gekriegt, habe mein Flug gebucht und mir wurde alles vorher erklärt. Die ganzen Sachen, wie das so abläuft, alles, was man hier so erlebt. Genauso wie Julia dich mir erklärt hat, war es auch. Ich habe die ganzen Voruntersuchungen gehabt. Wir sind alle sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit. Wir sind tolle Ärzte. Ich war nach den Voruntersuchungen dann bei der OP. Ich habe natürlich Schmerzen gehabt, was aber auch völlig normal ist. Jetzt, drei Tage später, sieht man ja, mir geht es gut. Ich fliege morgen nach Hause. Eva war auch immer für uns da. Wirklich sehr toll. Meine beste Freundin ist als Begleitperson mitgekommen. Genau, es war sehr, sehr schön. Wir wurden sehr gut betreut, auch als Begleitperson. Heute hatten wir unseren ersten Mosh mit Julia. Ja, war sehr, sehr schön. Ich würde die Klinik auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden, fühle mich sehr gut aufgehoben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017